Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosenbier zu den S04 News. Unsere Nummer 1, Ralf Fährmann, hat die vergangenen Jahre bei FC Schalke 04 mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Denn er sagte, es waren schwierige Phasen für mich, aber auch nicht die ersten schwierigen Phasen in meiner Karriere. Sagte der Keeper von Schalke im Interview mit dem Kicker über die Saison 2019-2020, in der er ja zuerst zu Norwich City und eben dann noch zum SK Brand verliehen wurde. Ich hatte zuvor vier oder fünf Saisons nahezu komplett durchgespielt. Dann kam irgendwann der Punkt, an dem sich ein Trainer gegen mich entschieden hat. Der Verein hatte damals andere Pläne für die Zukunft. Gemeint mit diesem Zeitpunkt ist logischerweise die Saison 2018-2019 unter Domenico Tedesco. Ralf Fährmann ging ja als Kapitän in die Saison, als gestärkte Nummer 1 aus der Vizemeistersaison. Dann lief es ja generell auf Schalke nicht. Auch Ralf Fährmann war nicht die beste Figur. Aber gut, trotzdem sägte ihn Tedesco ab und benannte den Alexa Nübel zu neuen Nummer 1. Mittlerweile ist der Zorn-30-Jährige wieder die Nummer 1 auf Schalke. Auch, weil er sich von seiner früheren Ausbuttung nicht aus der Ruhe bringen ließ. Es ist normal, dass vieles hinterfragt wird, wenn es im Verein mal nicht mehr so läuft. Es gab schon früher Menschen, die nicht überzeugt von mir waren. Damit kann ich aber ganz gut und selbstreflektiert umgehen. Ich bin immer hartnäckig geblieben und ernte jetzt die Früchte dafür. Und damit hat ja auch Ralle komplett recht. Immer wieder wurde ihm wer vor die Nase gesetzt. Es ging ja schon damals los, als Fabian Giefahr 2013 als Nummer 2 gut wurde, der ihm Druck machen sollte. Und so ging es ja gefühlt jedes Jahr oder zumindest alle zwei Jahre weiter. Letztes Jahr Frederik Rönneau. Mal war Rönneau gesetzt, mal Fährmann. Am Ende war aber Ralle wieder die Nummer 1. Und das auch vollkommen zu Recht. Natürlich, und darüber muss man nur noch nicht diskutieren, ist er spielerisch nicht der Stärkste. Natürlich hat er auch gegen den KSC im Torwart Patzer drin gehabt, aber auch immer noch überragende, teilweise Paraden drin. Und deswegen läuft ja auch sein Vertrag zurecht. Noch bis 2025 auf Schalke über seine Zukunft sagt er auch. Natürlich plant er, dass er auch bis dahin noch spielt. Aber er kennt mittlerweile das Fußballgeschäft auch und weiß, dass es kurzfristig einfach auch viel anders laufen und gehen kann. Eure Meinung zu Ralle Fährmann? Mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mal gerne in die Kommentare. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017